Ja, Architektur ist gebaute Heimat, aber diese gebaute Heimat besteht nicht nur aus Stein und Beton und so weiter. Sie besteht aus Gerüchen, aus Tönen, aus Luftströmungen, aus feuchten Feldern und sie besteht aus Licht. Man muss sich einmal für ein paar Stunden und nicht nur für Minuten in eine der großen Kirchen, nehmen wir den Kölner Dom, setzen, schweigend hinsetzen und die Veränderung der Lichtintensitäten, der Schattenwürfe oder das Aufleuchten einzelner Kirchenfenster, dann, wenn die Sonne auf sie trifft, beobachten. Man muss dies mit Zeit tun. In unserer Zeit der 90-Sekunden-Nachrichten, des auf 280 Zeichen beschränkten Schriftverkehrs oder der letztlich auf ein Emoji reduzierten sprachlichen Ausdrucksfähigkeit. Auf dem Wege der Abkehr von materiell getriebenem Wohlstand wird das Immaterielle zunehmend wichtiger werden. Das Märchen erzählen, das Betrachten der Umgebung, das Sprechen mit den Mitmenschen. Licht spielt in diesen Szenarien eine wesentliche, wenn auch nicht immer bewusst wahrgenommene Rolle. Aber letztlich ist es doch wesentlicher Träger der Emotionen.